Willkommen bei iWorkplace. Ich zeige Ihnen, wie Sie OneDrive verwenden. Ich habe OneDrive hier eingerichtet. Ich sehe OneDrive hier als Wolke lokal und ich kann sie auch über den Webbrowser im Internet erreichen. Ich beginne hier lokal. Ich möchte gerne hier eine Datei einfügen. Das heisst, diese Datei wird automatisch synchronisiert mit der Wolke. All diese Dateien sehe nur ich. Niemand anderes hat hier Zugriff. Ich gehe hier auf meinen PC und hier zu meinen Dokumenten. Ich möchte hier eine Datei verschieben in die Wolke. Ich gehe hier zu Pirmin Lenher. Hier das Harlem. Das verschiebe ich in die Wolke, so dass sich von überall her Zugriff auf diese Datei habe. Ich mache einen Rechtsklick. Ausschneiden. Dann verschwindet sie hier von meinem lokalen PC. Ich lege sie hier in die Wolke und füge sie hier bei meinen Dateien Pirmin Lenher wieder ein. Rechtsklick. Einfügen. Da ist sie. Jetzt ist sie bereits synchronisiert online, aber immer noch auf meinem PC. Das heisst, wenn ich hier diese Datei öffne, ich mache das nun mal. Dann sehe ich, aha, das ist ein zweispaltiger Bericht. Ich schliesse das hier wieder. Ich wollte das nur schnell anschauen. Und diese Datei ist jetzt auch online erreichbar, weil sie hier in der Wolke liegt. Ich gehe online. Ich gehe zum Browser. Edge. Hier gehe ich zu onedrive.live.com slash about slash de strich ch sign in. Okay, das ist kompliziert. Aber drücken Sie, wenn Sie schon einmal hier sind, Ctrl D und speichern Sie das Login als Favorit ab. Speichern und dann erreichen Sie das immer schneller. Ich tippe hier nun mein Sluts Login ein. Weiter. Hier nochmals anmelden. Und hier bin ich nun online in meiner Wolke. Hier bei Dateien Pirmin Lenher, da war ja vorhin etwas Neues drin. Und zwar das Harlem Holland. Wenn ich es hier öffne, im Internet, dann erscheint ein Online Word. Sie sehen hier Online Word. Es ist immer noch am Laden und Sie sehen auch sogleich, es hat nicht genau dieselben Werkzeuge und mein Spaltensatz ist auch nicht dargestellt. Also das ist nicht ein vollwertiges Word. Hier oben kann ich noch etwas Erweitern. Hier steht vereinfachtes Menüband. Ich klicke mal hier drauf, dann erweitert sich das Menüband noch ein bisschen. So, jetzt habe ich hier noch Formatvorlagen, aber der Spaltensatz ist noch immer nicht sichtbar. Was ich hier bearbeite, ist immer sofort gespeichert. Also ich kann jetzt wirklich an meinem Word hier weiterarbeiten. Ich brauche gar nie den Speicherknopf zu suchen. Es ist immer sofort gespeichert. Das Online Word ist im Moment aber irgendwie unbefriedigend. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Datei in Word zu bearbeiten. Stimmt, ich bin gerade außer Haus. Ich habe hier von der Wolke meine Datei geladen und ich will das jetzt in Word bearbeiten. Also in Word bearbeiten. Dann wird die Datei geholt. Jawohl. Und lokal in mein Word geladen und hier habe ich wieder den Spaltensatz. Ich verändere hier mal irgendetwas. Ich verändere das Datum von 2013 auf 2019. Weil ich jetzt lokal bin, muss ich das speichern. Das Speichern-Symbol sieht ein bisschen anders aus. Ich speichere jetzt. Das heisst, es wird online gespeichert. Ich schliesse lokal mein Word und hier steht, das sei nun bereits erledigt. Okay, ich schliesse auch das hier und siehe da, Word online hat das genauso übernommen, wie ich es vorhin lokal überarbeitet habe. Hier sehe ich 2019. Natürlich in der Online-Version sieht man den Spaltensatz nicht, aber im Hintergrund ist die Datei perfekt gespeichert. Ich gehe nun mal lokal auf den Windows Explorer. Mal schauen, was hier passiert ist. Jetzt bin ich lokal auf meinem PC. Ist das jetzt tatsächlich so synchronisiert? Ich gehe hier auf Harlem. Doppelklick darauf und tatsächlich auch auf meinem PC steht hier nun 19. Also egal, wo ich nun bin, die Datei ist immer bearbeitbar und aktuell. Jetzt möchte ich ja diese Datei mit jemandem teilen für die Zusammenarbeit, denn wir arbeiten gemeinsam an diesem Bericht. Ich gehe hier oben auf Freigeben. Es kann sein, dass hier dann die Meldung kommt, Sie müssen die Datei zuerst online speichern oder eben in die Wolke legen. Wenn Sie das noch nicht gemacht haben, machen Sie das. Legen Sie die Datei in den OneDrive-Ordner, dann können Sie hier nun Personen einladen. Das mache ich nun. Ich habe hier eine Mailadresse eingetippt und bestimme da, was diese Person machen darf. Darf die Person die Datei einfach anschauen oder darf sie bearbeiten. Sie darf bearbeiten. Hier kann ich noch eine Nachricht hinterlassen und freigeben. Was passiert? Die eingeladene Person erhält ein Mail. Mit einer Einladung öffnen Sie die Datei Harlem und dann ist die Person vollwertig dabei bei der Mitarbeiter. Mein Kollege klickt dann hier auf Harlem und das Wort online öffnet sofort. Und bei meinem Kollegen sieht das natürlich genau gleich aus mit dem Unterschied, dass die Datei zwei Cursor hat. Hier ist mein Cursor. Ich kann hier etwas schreiben und ich sehe da oben ist noch ein Cursor. Da ist noch eine Person unterwegs an der genau gleichen Datei. Also ich warte mal schnell. Ich bin ja hier am Arbeiten. Mal sehen, was da oben kommt von meinem Kollegen. Der ist jetzt auch gerade am Schreiben. Also was der Kollege schreibt, sehe ich hier und ich bin hier und das ist erweiterbar auf x Personen und natürlich ist es gewöhnungsbedürftig, wenn mehrere Personen an einer Datei arbeiten. ist, werde ich mit dem Ding mit dem Ding aufhören und von einem Ich kann hier nicht das genauso um und ich kann von mir ansonstraten. Ich kann hier nicht informellieren.